Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zur heutigen Folge Roblox und heute sind wir nicht allein, denn es ist jemand Neues dabei und zwar der Borno. Hi, Borno. Geht, na, alles gut? Grüß dich, ja, schön, dass du dabei bist. Und Leute, ihr kennt ihn ja noch nicht und Borno ist nämlich gerade nagelneu bei Roblox dabei und deswegen haben wir heute, wie ihr im Titel schon lesen konntet, ein ganz easy Parkour für ihn vorbereitet. Ob er den schaffen wird, ich weiß ja nicht. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ja, sehr gut. Haut auf jeden Fall auf den Like und auf den Abo-Button, wenn ihr mehr Roblox-Folgen sehen wollt. Da kommen auf jeden Fall immer täglich Roblox-Folgen. Seid gespannt, Leute. Und jetzt viel Spaß. Die erste Challenge hier, du siehst schon irgendwie so einen Lava-Boden? Hä? Okay. Oh Mann, ey. Willst du da mal, okay, fang einfach an. Du siehst, ich glaube, du musst auf die grauen Bälle raufspringen. Das kannst du doch, oder? Okay, meinst du, ich kann auf das Rote hier vorne? Probier aus. Okay. Hui. Oh, puh, das war knapp. Ach, das ist ein Checkpoint. Ich glaube, das ist ein Checkpoint. Meinst du? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. So, jetzt passt es ja. Okay, ich spiele weiter. Ah. Ah, da hast du direkt die Lava berührt. Oh Mann, aber vielleicht das nächste Mal. Okay, ich versuche jetzt. Und ich bin der Pro hier, Leute. Nein, ich bin auch noch. Was soll das denn? Okay, bei mir geht es hier weiter. So, so und. Oh, das war, das war, das war, ah, knapp einer vor dem Ziel. Ah, ich bin auch schon wieder runter. Leute, ey, das ist einer der einfachsten Parcours, die es hier gibt. So, und ich hab's. Sehr gut, von Ball zu Ball. Genau. Ah, oh Mann. Das ist eine knappe Sache gewesen wieder. Aber das ist auch echt, also, gerade als du nicht, ist das schon nicht ohne. Ja, ja, das ist nicht, das ist nicht so, das ist nicht so easy, aber komm, jetzt schaffst du das ja wohl, Lüderas. Sehr gut. Und nächster. Ah, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich hab's. Ja, wir gucken mal, ich sag da noch nichts zu. Nee, ich glaube, du musst auf das Grüne hier springen, um auf den Checkpoint zu kommen. Sehr gut, jetzt hast du's. Das sieht ja easy aus hier, du siehst hier schon so die roten Dinger. Wahrscheinlich dürfen wir davon nicht getroffen, getroffen werden. Oh, okay. Wie sieht's heute hier aus? Ja, sehr gut, da schleicht er langsam lang. Oh, und jetzt einer der Wege, es gibt nur einer der Wege, geht nur nach vorne. Was meinst du, was das ist? Ich, ich würde sagen, weil du neu dabei bist, kannst du das Thema aussuchen. Okay, ich würde sagen, es ist der Grüne, der funktioniert. Okay, er glaubt, es ist der Grüne. Ah, oh Mann. Ja, yippie. Der Grüne war's nicht. Ich würde sagen, ich probiere einfach mal den, ja, jetzt Blau oder... Ich würde sagen, es ist der, der Gelbe. Oh, es war nicht der Gelbe. Es war nicht der Gelbe. Sag mal, möchtest du mich hier veräppeln? Nein, es war nicht der Gelbe. Ah, ich glaube... Es war nicht der Gelbe, ich sag dir das. Probier das lieber. Es war nicht der Gelbe. Und? Oh. Okay, okay. Gut, da wollte ich dich veräppeln. Okay, komm rüber hier. Ich glaube, das ist ein Checkpoint. Und dann würde ich sagen, geht's direkt weiter hier rauf. Und jetzt, du siehst schon, oh, so Laserdinger. Und dann haben wir es, glaube ich, schon geschafft anscheinend. Meinst du? Das ist halt echt ein easy Parcours, Leute, also müsst ihr echt wissen. Hier immer Schritt für Schritt nach vorne, immer gute Übung, gute Koordination. Und geschafft! Juhu! Ja, nicht ganz. Und, wo spawnst du? Musst du wieder von ganz vorne anfangen, oder? Ah, ja! Nochmal alles neu machen. Der speichert bei dir nicht. So, und jetzt bitte ganz ruhig. Bitte. Nimm dich und bitte schaff's. Los, ich will doch nur, dass du den Parcours schaffst. Oh, erster. Zweiter. Dritter. Vierter. Gutes Tempo. Fünfter. Sechster. Siebter. Und einer noch. Und, oh, ja, du hast es. Oh, ich hab's. Und, wie fandest du den Parcours? Also, gut, der war jetzt noch leicht, aber ich war trotzdem, ja, das war für mich trotzdem nicht ohne, ne? Ja, okay, ich würde sagen, Leute, es geht direkt zum nächsten. Huh, Leute, und wie ihr seht, sind wir direkt beim nächsten Parcours. Juhu! Und ich glaube, also hoffentlich schaffst du den jetzt dieses Mal beim ersten Mal direkt ohne Probleme. Und guck mal hier, Mr. Green Man. Stell dich mal aufs Nieder, ne? Geh mal da. An, wie du aussiehst! Wie du aussiehst! Okay, du musst das jetzt da mitspielen. Okay, komm, let's go. Okay, so. Komm, Mr. Green Man. Komm, komm, los. Das ist ja easy hier. Also, wenn du das nicht schaffst, dann bist du wirklich absolut los, Digga. Ja, das ist ein Checkpoint, der wird dann auch so grün, hab ich eben gesehen. Okay. So. Okay. Jetzt drück mal auf die Gas, auf die, aufs Gas. Ah, ah, ah. Ah, ah. Und er läuft direkt selber rein. Okay, komm mal, und jetzt schaff ich's. Also, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich ein Parcours. Den schaffen sogar die Fünfjährigen. So. Sehr gut. Okay, und jetzt hast du's. Hier muss doch auch, hier ist bestimmt auch irgendein. Du gehst vor, komm. Guck mal, wer noch entgegenkommt. Oh. Hallo. Ich seh da, ich seh da gar keinen. Echt? Bei mir ist da, ah doch, jetzt ist hier jemand auf einmal. Okay, okay. Oh, sie macht das gut vor. Guck mal, hier, sie mit ihren roten Haaren. Oha. Okay, sie macht das. Alter, die ist auch echt gut. Okay, so, hier. Genau. Und jetzt geht's weiter. Also, erst mal. Eiii. Ich verkack hier schon direkt bei dem leichtesten Parcours in Roblox. Okay. Ach, alles gut. Das kann doch mal passieren. Ja, was heißt das, kann ja mal passieren. Du hast doch hier die ganze Zeit verkackt. Okay, und jetzt zum Grande Finale, Leute. Oh, wie ist das denn? Hier. Huiii. Und Leute, wir haben's. Wir haben's geschafft. Oh Mann, Leute, das waren aber auch echt easy Parcours eigentlich, oder? Wie fandest du sie? Doch, eigentlich waren die ganz leicht. Ich bin mal gespannt, was da noch auf mich zukommen wird. Ob da noch, da wird ja noch einiges Schwieriges kommen. Oh ja, da wird noch einiges Schwieriges kommen. Und Leute, wenn's euch auf jeden Fall gefallen hat, haut auf den Like und auf den Abo-Button. Checkt auf jeden Fall Borno aus, der macht auch tägliche Roblox-Videos, Leute. Da kommt auf jeden Fall in der Zukunft auch noch einiges. Oh Mann, ey. Das war echt ein easy Parcours, Leute. Euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao. Ciao, ciao.